Und wir nutzen die Chance und machen hier direkt mal einen Cut! Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales from the Borderlands! Wir sind jetzt mit Fiona wieder unterwegs, nachdem Sascha und Riz leider vor der Brücke gefallen sind. Komm schon, die Gord ist aufgerufen. Fiona schlägt, mit Athena zusammen. Los geht's! So, können wir erstmal hier eine Runde talken? Das ist ein Fleischfresserpflanzer, will ich nix machen. War das Skarfe ein Geschenk von jemandem? Meine Freundin hat es von mir bekommen, bevor ich meine erste lange Abwärts-Mission hatte. Toll! Warte, wartest du da statt Killerpflanze? Was? Was? Warte, was? 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 Wie passt auf der Pandora mit. Was? 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 Wo hat sie die denn die ganze Zeit mit sich rumgetragen? Da gibt es eine Kugel mit ihrem Namen. Wenn du Glück hast, ist die, die du da hast, deine. Also behalte es nahe. Du möchtest es nicht zurück zu dir kommen. So, jetzt... Jetzt, du runter! Okay, das ist rot. Heißt das, wir müssen... entgegengesetzt agieren? Das funktioniert nicht, Fiona. Okay. Ja, ist okay. Okay. Nicht das entgegengesetzt, sondern... die selbe Farbe. Er wird dich töten. Du solltest etwas tun. Gut, spann dich mal. Ja. Gutes Argument, ne? Gutes Argument, ne? Jetzt, siehst du die Ergebnisse bevor du actierst. Ah, weg ist das scheiß Ding. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Es war nicht so schwer, war es? Es war nicht so schwer. Es war nicht so schwer. Ich war nicht so schwer. Es war nicht so schwer. Es war nicht so schwer. Okay, ja, ich folge eher. Alles gut. Wo gehen wir denn lang, Sascha? Sascha, findest du das nicht auch sehr romantisch hier? Ja, ja, mhm, mhm. Na, tu hast immer noch Klamotten an, schade. Ja, stimmt. Da geht einiges neu über den. Okay, so I'm, I'm going to stick this on your head. Oh, Gott. And please don't stab me. Okay. Alter Vater. Oh, fuck, ich glaub, die Dinger sind aggro jetzt. What the hell is that? This is why we can't have anything nice. Ja, rot bedeutet schlecht. Könnt ihr mal weiterlaufen? Finally, something slow. Äh, Breeze, there's no power. Super. Mensch, was für Glück, dass da ein Loch ist. Ich wusste gar nicht, dass wir den noch dabei haben. Oh, Gott. Oh, das ist so langsam auch. Huh, das ist weirrt. Interessant, dass sie dich angegriffen haben, als sie im Fahrschule waren. Oh, geil. Oh, was the hell? Ich glaub, Reese hat das geholfen. Du kannst das auf deinem eigenen. Oh, crap. Hi, Janie. Athena? Where are you? Go on. I told you, darling, I'm just out on a long delivery. It won't be much longer, I promise. Athena? I'm serious. I'm just delivering the package now to the customer. Strom. Nicht? Feuer? Ich weiß, das. Ahem. Wir müssen gehen. Eine andere Delivery. Ich... Ich... Ich muss alles drei drauffeuern. Egal, in welcher Reihenfolge. Oh! Lass uns einfach weitergehen. Was sind das denn die für einzigen Sprecher auf einmal überall? Ich will den Loaderboot wieder haben. Nö. Ideas, ja. Toll! Haben wir doch das Auge von dem Typen dabei? Ist das ein Auge? Jo. Warum hast du ein Auge in deinem Pocken gehalten? Ich dachte, es könnte in die Hand kommen. Willkommen, General Pollux. Siehst du? Es kam in die Hand. Das ist so wunderschön. Du hast es umgebracht. Das ist das wunderschönste, was ich noch gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. Es ist nicht so. Oh mein Gott, ja. Ja, es ist. So, was können wir jetzt machen? Ja, Fahrstuhl. Ja, Fahrstuhl. Bitte nutzen, danke. Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht noch weniger gut aus. Ah! Ja. 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 Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, los geht's, ne? Ja. Ich probiere einfach mal, wer uns, äh, in die Hand stellt. Oh! Tollllllllllllllllllll. Ich bin dein Freund, der wird alles aufbauen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Die Turritte sind noch aktiv. Warum sind die Turritte noch aktiv? Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen deeper, okay? Dann... Okay. Dann mach die Augen auf. Du hast ein Scanner-Auge. What?! Wisch doch mal die Scheiße aus dein Gesicht! Vielleicht liegt's ja da ran! Bäh. X. Ooooooh! Das ist Spaß! Oh, Scheiße! Was, genau, are you doing? Nein. Ich versuche es, um es zu verbrechen. Es gibt viele verschiedene Systeme hier. Okay! Was ist das? Nein! Ich habe zu gehen durch alle diese, und sie sind nicht verbrechen. Und es ist... schwer. Die Gas-Wheze hier. Siehst du das Symbol in der Top-Richt-Richt? Das ist das, was ich für. Ich sehe nichts. Oh, genau. Nein! Oh, Scheiße. Okay, es bleibt nur eine Brückheit. So, zack, zack. Jetzt geht's los. Sascha, schau an das. Er ist ein... ...Atlas-Scientist? Oh, das ist gut. Ah, toll! Als hätte ich's nicht gewusst. Was ist das? Of course. What? We're safe behind that shield, right? Until it runs out of energy and we're both shot to death? Yes! I got it. Throw your shield in the gun so it ricochets and destroys them all. And what happens to us if there's no shield? To stop the turret fire! Oh. Gute Frage. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Quick! Warum nicht? Ja, Leute! Die sind von Banauland. Das ist von Bonalands.